Scheiße! Jetzt! 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 Lauf! Du Scheisspast! Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Was? Was? Ich hab nix gemacht! Was machst du denn jetzt? Ich hab nix gemacht! Keine Ahnung! Ich hab gar nix gemacht! Scheiße! Ich kann nicht mehr weg! Ich kann nicht mehr weg! Ich kann nicht mehr weg! Ich kann nicht weg! Doch! Du kannst doch rüber! Ich kann nicht rüber! Warum? Es geht nicht! Ich darf doch nicht rüber! Der wedelt halt schon wieder hier und läuft in meine Richtung! Ich kann nix machen! Ich kann nix machen! Oh! Ich halt das nicht aus mit dem Finger! Ohne Witz! Leck mich! Man muss so schnell drücken! Man muss wirklich schnell! Oh! Ich hab's geschafft zu fliehen! Das ist schlimmer wie der größte Sport! Hey! Ernsthaft! Das ist so abartig! Okay! Ich bin immer weg! Ich hab's geschafft! Achtung! 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 Boah! Toll! Das hast du ja früh gesackt! Ja, so geht die Folge! Wenigstens keine fünf Minuten, sondern es ist immer in den vollen! Und ihr seht auf jeden Fall mindestens fünf oder sechs Mal, wie man's nicht macht! Two hours later! Jetzt muss ich laufen! Na f- Fuck you! Nein! Was, was, der ist, hast du's gesehen, was passiert ist? Auf einmal hat er, pfff, rumgewedelt! Six hours later! Was? Was? Ich war doch am Haken! Was? Was tust du da nur, ey? Alter! Ich wedel mir einen ab mit meinem Finger! Ey, was, was soll ich denn machen? Oh! Du bist doch der Fuck Resident Evil Pro! Three hours later! Ich kann nichts tun! Nichts! Null! Ich kann nix machen! Nix! Gar nix! 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 Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 5 zusammen mit der Vika! Und zwar heute ausnahmsweise bei dem Endboss, weil wir eine komplette Folge, glaube ich 20 oder 25 Minuten lang versucht haben, diesen Penner hier zu besiegen, haben wir gesagt, wir tauschen jetzt mal, die Person, das heißt, die was ihr jetzt gerade spielt seht, ist die Vika und ich bin heute mal das Rotkäppchen. So schaut's aus und die Vika ist mal wieder stumm. Nein, nein, ich bin nur konzentriert. Hahaha Ein sofortiger! Genau! So, neue Runde, neues Glück. Okay, Musiker, dessen Wesker, Maßen, ich krieg. Welche Taste muss ich drücken, wenn das Ding halt bricht? Boah, Alter, das ist Hardcore. Ja, ja, aber ich bin noch nicht oben. Ja, das war auch ein bisschen länger. Äh, ich seh's und spür sie Finger. Ey, jetzt kletter hoch, du blöde Bix, ey. Ist der Wahnsinn. Ach, danke. So, eine super schlau, die geht weiter. Bin an ihm vorbei. Super, du schaffst das natürlich. Warte jetzt aber, bis du oben bist mit dem. Hä, warum hast du unendlich Muni? Oder ich? Geh wieder, geh wieder. Warum habe ich unendlich Munition? Äh, weiß ich nicht. Ah, super. Egal, ist die letzte Folge. Egal, ist die letzte Folge. Egal, ist die letzte Folge. Bax. So. Wenn sie unendlich haben, scheiß drauf. Ja. Ähm. So, wie weit bist du? Bin hinter ihm. Okay. Ja, balle mal drauf auf ihn. Bin voll dran, ey. Bin mit der Bix. Und vorbeigeschossen, also. Ist halt gar nichts, ey. Wenn man auf ihn schießt, dann bewegt sich ja nicht weiter. So, kommst du hoch? Wie denn? Ach so. Wollen wir jetzt erstmal warten, bis er oben ist? Also, ich hoffe, das machen kann. Komm her. Pass auf, geh nicht zu nah hin. Äh. Scheiß. Wieder aufzuschießen. Ach so. Ja. Geh weiter weg von ihm. Ich bin weit weg. Okay. Ui. Jetzt fängt er wieder an. Ich hab nicht geschossen. Ja, ich auch nicht. Aber er läuft dann wenigstens weiter. Okay. Okay. Hör aufzuschießen. Geht's da, komm hoch? Ui. Ja, jetzt muss er sein Ding hier mal aufmachen. Wuh! Oh oh, das wird noch was. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, Kettis. Da lacht sie. Ja, nein. Nein. Das war schon lustig. Die sind ausgedreht da. Ja. Baller drauf. Dabei. Was wirst du jetzt so Peller, hä? Ja, endlich. Fuck you! Oh. Finn, ta Right? Es ist so Peller Besärt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ready, Partner? Los, los. Suck a mess, Wesker. Your time's up, you son-of-a-bitch! Holy... Hit please! That was for our fallen brothers. It's over. Yes. Finally. More and more, I find myself wondering if it's all worth fighting for. For a future without fear? Yeah. It's worth it. The end of World War II. The end of World War II. The end of World War II. Hallo? Es ist geschafft. Ich sag's dir, ich hab mich in meinem Leben noch nie so gefreut, dass das Spiel endlich vorbei ist. Ja, das Spiel an sich war schon cool, aber das Ende war der Horror. Ohne Scheiß, das war absolut der Horror. Ja, wir sollten, finde ich, die andere Folge auch den Zuschauern. Meinst du? Ja. Ich könnte auch einen netten Zusammenschnitt machen. Oder so. Oh, shit. Okay, meine Lieben, ich danke euch auf jeden Fall viel, vielmals fürs Zuschauen. Die Vika ganz bestimmt auch. Ja, natürlich. Eben. Und ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Let's Play. Multiplayer oder nicht, werden wir sehen, wie es sein wird. Werdet ihr auf jeden Fall noch erfahren. Und bis dahin auf jeden Fall. Macht es gut. Like, abonniere, kommentieren nicht vergessen. Bis dahin. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und wieder auf jeden Fall.